Und ich darf jetzt Herrn Jürgen Schöttl zu mir bitten und begrüßen. Er ist Diplomingenieur für Kraftwerkstechnik, ein überregional bekannter Fachmann für Energiefragen. Bitte schön, Sie können gerne schon mal die Bühne besteigen. Vor seinem Ruhestand war er 40 Jahre im Kraftwerksbau bei Siemens in der Konstruktion, Berechnung, Bauleitung und Inbetriebssetzung tätig. Und viele Jahre lang hat er auch den Bereich für Instandhaltung der von Siemens gelieferten Kraftwerksflotte gemeinsam mit einem Team von mehreren hundert Ingenieuren geleitet. Und wir haben ihn gefragt, was wurde aus den fortschrittlichen Reaktorkonzepten? Schönen Dank für die freundliche Ansage. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie zu dem Thema, was wurde aus den fortschrittlichen Kraftreaktorkonzepten, dass ich Sie kurz informieren und zwar im Programm will ich Sie so durchführen, dass ich ein bisschen in die Vergangenheit gehe, was gebaut worden ist, insbesondere um auch zu zeigen, wie sich die Sicherheit und die Kosten verändert haben. Das sind wirtschaftliche Aspekte und zum Schluss nochmal ein Beispiel. Was kostet es, den Ersatz von den drei stillgelegten Kernkraftwerken, wenn wir die ersetzen gegen Wind, Sonne, CO2-frei, also mit Elektrolyse und mit Gaskraftwerken? Ja, ich fange jetzt an mit der Entwicklung Generation 1, 2, 3, 4, 3 plus und nachher 4. Generation 1 waren reine Versuchsanlagen, Forschungsanlagen gehe ich nicht näher darauf ein. Generation 2, das hat dann begonnen so Anfang der 70er Jahre mit einfacheren Anlagen. Ich habe nachher auch nochmal eine Größenordnung dabei. Das sind so Harrisburg und Fukushima habe ich hingeschrieben, als Rot, die haben ja Störfälle gehabt. Mühleberg ist genau gebaut wie Fukushima, ist aber sehr stark nachgerüstet worden. Würgassen und Obrigham, das waren so die ersten Anlagen, wenn ich so im deutschen Bereich reingehe. Wenn ich dann anschaue, was für Anlagen waren das, das waren Siedersanlagen. Und zwar habe ich hier mal auch wieder Fukushima genommen. Fukushima, das war eine Anlage, Mach 1 von der GI, also ein Druckerbausystem, ähnlich wie Würgassen, 400 bis 700 MW. Mach 2 war dann Fukushima 5 und 6, die ja nicht zu Schaden gekommen sind. Und dann gibt es eine Menge DWRs, die da auch gebaut worden ist. Und dann ging es dann weiter in die Generation 3 rein, mit Übergängen. Ich habe mal hingeschrieben, Philipsburg, Gösken, Biblis. Und dann kam auch schon Konvoi. Konvoi war aber fertig gewesen Anfang der 90er Jahre. Das heißt, in Deutschland haben wir seit 30 Jahren keine Anlage mehr gebaut. Uns fehlen, ich sage mal, in der Konstruktion 40 Jahre Kernenergie, muss man wissen. Und das Thema haben wir eben auch schon gehört in den Vorträgen, dass hier ein gewaltiger Bruch entstanden ist. Im Konvoi sind drei Anlagen gebaut worden, Emsland, Isar, Neckar-Westheim. Und zwar haben die Anlagen 3,5 Milliarden D-Mark gekostet. 3,5 Milliarden D-Mark. 1,7 Millionen Euro. Bauzeit 60 Monate. Man sieht hier auch diese doppelschalige Bauweise, Containment und außen sehr starkes Betoncontainment rum. Wenn ich jetzt mal die Anlagensicherheit eingucke, dann haben wir einmal die Hochdruckkühlsysteme und Niedruckkühlsysteme. Und die sind redundante Systeme. Und diese Redundanz sieht man auch in den Gebäuden. In den Gebäuden haben wir vier Scheiben drin. Eins, zwei, drei und vier. Das sind örtlich getrennte Bereiche, die also sich gegenseitig nicht beeinflussen können. Also ein Mordsfortschritt, das sieht man nachher auch in der Sicherheit. Dann sind wir zur Generation 4, zur Generation 3 plus gekommen. Und das ist im Wesentlichen hier in Europa der EPR. Da ist gebaut worden, zweimal in China, die Anlage laufen seit einigen Jahren. Dann ist es Ulkiyuto, die Anlage ist jetzt in Betrieb gegangen im Februar, März. Flammersville wird wohl nächstes Jahr in Betrieb gehen, mit irrsinnig langen Bauzeiten. Und es gibt zwei Anlagen in England, Hickley Point, die sind neu im Bau. Was kennzeichnet den EPR denn? Gucken wir uns mal an, das Gebäude, ein sehr, sehr massives Gebäude, zweischaliges Gebäude, also gegen Flugzeugabschritte und so weiter und so weiter. Aber das Besondere beim EPR ist der Corecatcher. Vorhin haben wir schon gehört über Corecatcher, auch bei Generations 4-Anlagen. Gucken wir uns den Corecatcher nochmal im Detail an. Dann sehen wir hier das Druckgefäß. Unten ist ein Ventil drin, ein Wärmeventil drin. Wenn Kernschmelze da ist, dann geht es durch das Druckgefäß durch und geht in dieses Übergangsrohr, in diesen Corecatcher rein. Das ist eine Keramikwanne, die gekühlt wird durch Wasser. Das ist das Besondere am EPR. So, jetzt gibt es noch eine Generation 3+. Mit passiven Notkühlsystemen, haben wir auch schon mal eben gehört. Man hätte da eine stärkere Abgrenzung gebraucht. Ich sage gerne Generation 3+. Punkt 2. Gibt es aber nicht. So, was sind das für Anlagen? Das sind Anlagen, die können wir hier mal angucken. Das ist der AP1000 aus der USA, den APR von Toshiba, den Hualong China, der ist bisher auch am meisten gebaut und der WWR1000 aus Russland. Das sind die Anlagen, die heute im Bau sind, beziehungsweise auch schon im Betrieb sind. Und es werden sechs EPRs gebaut in Frankreich. 2.0 habe ich jetzt hingeschrieben, der wird auch so heißen. Und das wird dann eine Generation 3 plus sein. Nur muss man wissen, die Franzosen haben beschlossen, sechs Stück zu bauen und wollen dann noch mehr bauen. Und diese sechs werden an den Standorten gebaut von vorhandenen Kernkraftwerken, also genehmigungstechnisch relativ einfach. Bauzeit, erste Anlage im Betrieb 2036. Und das kennzeichnet die Unfähigkeit von Europa, heute im Reaktorbau voranzugehen. Uns fehlt alles. Wir haben auch in Frankreich die letzte Anlage gebaut worden, bis auf Lammersville. Die ist 2002 in Betrieb gegangen. Auch in Frankreich ist keine Industrie mehr, die Kernkraftwerke bauen können. Insofern teile ich die Meinung meines Vorredners, dass wir in der nächsten Zeit in Europa nicht in der Lage sind, alleine Kernkraftwerke zu bauen. Also vor 2036, dieser Reaktor muss erst konstruiert werden und gebaut werden. Ja, hier sieht man nochmal so ein Containment von Westinghaus, den AP1000. Das Containment ist also praktisch, wird von außen Wasser gekühlt und oben die Zone Luft gekühlt. Das sind also diese großen Wasserbehälter und eine Luftkühlung dieser Anlage, um eben keine Diesel zu verwenden. Also unabhängige Notkühlsysteme. Man sieht hier auch den russischen Reaktor. Das sind auch schon Reaktoren, die laufen. Also auch wieder große Wassermassen oben drin. Und Sie sehen links und rechts diese Kühler, Luftkühler. Also alles passive Systeme. Das ist Hualong von China. Sie sehen auch wieder die links und rechts im Containment oben diese blauen Luftkühler und auch große Wasservorräte. Und diese Anlagen laufen schon. Und China konstruiert ist diesen Reaktor um auf Hualong 2.0, also 2. Und der kostet dann 2 Milliarden, 1.000 MW, also spezifische Kosten, eine Million pro Megawatt. Bauzeit 48 Monate. Und die chinesische Industrie hat sich eingerichtet für 20 Kraftwerke pro Jahr. Also nicht für viele in den Export. Und das läuft alles schon. So, gehen wir mal zur Größenentwicklung. Da sieht man auch die gebaute Sicherheit. Ganz links ist Fukushima, dann kommt Emsland und dann kommt der AP-1000. Fukushima 400 MW, Emsland, also Konvoi 1600 MW und der Samen ist es 1000 MW. Also Sie sehen schon, das sind unglaublich große Anlagen, wo irrsinnig viel Sicherheit eingebaut worden ist. Gucken wir uns mal die Sicherheit gegen schwere Unfälle an. Und hier sehen Sie eine Skala von 10 hoch minus 4 bis 10 hoch minus 8. Was heißt das? Alle, also bei 10 hoch minus 4 heißt es, alle 10.000 Jahre einen schweren Störfall. 10 hoch minus 8 heißt also, alle 10 Millionen Jahre einen schweren Störfall. Und das wird ja gerechnet bei den Anlagen. Und Sie sehen, Fukushima war gewesen 5 mal 10 hoch minus 4. Das waren auch die Anlagen wie Mühleberg und so weiter. Die wurden aber nachgerüstet, genau wie alle deutschen Kernkraftwerke, wurden auch nachgerüstet auf ein höheres Niveau. Und Sie sehen jetzt Biblis B, das hat schon 3,3 mal 10 hoch minus 5, also alle 300.000 Jahre einen schweren Störfall. Und Sie sehen, das geht jetzt weiter mit dem IPR, der liegt bei 10 hoch minus 6. Dann sehen wir den AP1000 mit 2,4 mal 10 hoch minus 7. Das sind also gerechnete Zahlen, das sind Sicherheitsrechnungen. Und ich habe mal da diesen Kreis rum gemalt. Ich denke mal, dass alle Reaktoren Generation 3 plus 2 in dem Bereich liegen werden, zwischen 10 hoch minus 6 und 10 hoch minus 8. Und ich habe da noch einen Punkt eingebaut, und zwar gab es in Deutschland mal eine SWR-Studie, also Fortsetzung des Reaktors von Grundremmingen. Und die hat man gebracht auf 10 hoch minus 8, ja. Also alle 10 Millionen Jahre einen Unfall. Alle 100 Millionen Jahre einen Unfall. So, also 2,4 mal 10 hoch minus 7 heißt, alle 24 Millionen einen schweren Störfall. Da seht ihr schon, wie irrsinnig die Sicherheit hochgegangen ist. Ja, jetzt ein paar Mythen. Endlager, haben wir schon was darüber gehört. Es gibt ein fertiges Endlager, meine Damen und Herren. Das ist fertig gebaut. In Finnland. Im Granit auf 500 Meter Tiefe. Hochinstale Einlagerung. Es gibt, das Endlagerkonzept ist in Finnland, erst eine Kupferröhre, denn die Brennelemente in diesem Strukturmaterial drin. Einlagerung im nächsten Jahr. Also dieser Mythos, es gibt keine Endlagerung. Also völlige blödsinnige Kram. Wir wollen die nicht, um die Kernenergie zu verhindern. Laständerungsgeschwindigkeit. Haben wir eben auch schon was vorgehört. Da ist es so, da machen die Kernenergie, macht 63 MW pro Minute. Eine Gasturbine 38, ein Kohlekraftwerk 28. Also erheblich höher als die fossilen Anlagen, die thermischen Anlagen. Ein Mythos. Immer wieder lese ich sowas. Kühlwasser im Sommer, völliger Blödsinn. Das ist eine Frage der Auslegung der Anlage. Ich meine, wenn Sie halt eben wenig Kühlwasser haben, müssen Sie halt eine Rückkühlung machen, einen Kühlturm bauen. Der kostet natürlich Energie, kostet auch Geld, aber es ist überhaupt kein Thema, Kernenergie zu bauen. Wir haben Riesenanlagen gebaut in Südafrika, also Kohlekraftwerke, die genauso Kühlwasser brauchen. Ins Trocknen, im Trockenkühlturm. Ohne Wasser. Geht. Ist nur eine Frage der Auslegung. Und wenn in Frankreich halt im Sommer weniger Last notwendig ist, dann legen Sie halt eben nicht aus gegen Kühlwassergeringe im Sommer. Versicherbarkeit. Alle deutschen Kernkraftwerke waren versichert. Hauptpflichtversicherung mit zweieinhalb Millionen, mit Milliarden. Und wenn Sie nach heutigen neuen Gesichtspunkten rechnen würden, diese alte Rechnung, die gemacht worden ist, die man manchmal hört, die geht davon aus, von der Sicherheit, alle tausend Jahre ein schwerer Unfall mit 1,7 Millionen Toten und pro Toten 4 Millionen. Da kommen Sie auf irrsinnige Zahlen. Und das sind völlig blödsinnige Zahlen. Wenn Sie heute mit den neuen Zahlen rechnen, müssten Sie, wenn Sie eine Versicherung machen, wie im Kfz-Bereich, etwa 5 Cent pro Kilowattstunde rechnen als Versicherungskosten. Dann hätten Sie eine Vollversicherung. So, ich habe hier spezifische Herstellkosten und die will ich nicht mal einzelne durchgehen und deswegen habe ich da ein bisschen. Konvoi hat uns immer bezogen auf Mio pro Megawatt. Das ist eine ganz wesentliche Zahl, die nachher auch noch kommt. Also Konvoi hat, der kostet 0,9 Millionen pro Megawatt. EPR 8, durch diese irrsinnigen Bauzeiten, das waren letztlich alles Prototypanlagen. Das war keine Serie, die war nicht als Serie geplant. Dann sieht man, die Generation 3, China kostet 2 Millionen pro Megawatt und die Generation 3 Plus-Reaktoren, die heute vergeben werden, die liegen so bei 5. Und ich habe hier eine Zahl in der Mitte hingeschrieben, EPR 2 skaliert, wenn wir da also sagen, wir bauen pro Jahr 3 Stücke oder sowas ähnliches, dann wird man sicher mit Kosten zurechtkommen von 4 Millionen pro Megawatt. So, gucken wir uns mal spezifische Investitionskosten von Energieerzeugungsanlagen an. Da sehen wir Solar, Dach kostet auch 1,5 Millionen pro Megawatt. Wind Offshore 1,5, die Zahlen steigen momentan massiv, da hat der Herr Fahrenhort recht. Wind Offshore 4, sehr teuer. Gastturbine 0,5, die neue Gastturbine, die in Leipzig gebaut worden ist, H2-Ready, kostet 1,5 Millionen. Und dann Europa heute 8, wie ich gesagt habe, das sind die Zahlen, die Sie hören von Olke Jutu und von Flammerrill. Und Europa skaliert 4. Wenn ich jetzt die Vollaststunden rechne, die Laufzeit, wie lange die Anlagen laufen, komme ich auf eine bestimmte Megawattstundenanzahl pro Laufzeit. Und jetzt nehme ich mal nur die Investitionskosten pro Megawattstunde, oder Kilowattstunde in dem Fall. Weil ich muss ja nicht die Leistung rechnen, sondern die Arbeit, die entsteht. Und da lege ich bei Sonne etwa bei 8 Cent, Wind wird hochgehen auf 5 durch die Kostensteigerung. Und man sieht, Kernenergie heute mit den teuren Anlagen ist der Anteil der spezifischen Investitionskosten nur 1,6 Cent. und bei skalierten Anlagen wäre 0,8 Cent. Also ist überhaupt kein Thema für die Zukunft. So, wenn ich jetzt mal in Stromgestehungskosten reinrechne, also mit den Sachen, die ich in meinen Tabellen hier habe, dann komme ich also bei Solar und Wind, Wind wird steigen, Kohle, da ist CO2-Zertifikate nicht mit drin und Europa skaliert liege ich einfach bei 6 Cent. Aber das ist alles Blödsinn, was hier da steht. Das ist nicht die Realität. Sonne und Wind ist volatil. Das ist überhaupt nicht vergleichbar. Die Zahlen durften so gar nicht auf der Folie stehen. Wenn ich jetzt die Speicherkosten dazurechne, dann komme ich auf das Fünffache der Erzeugungskosten von Wind und Sonne. So, und damit ist völlig blödsinnig. Auch der Preis ist blödsinnig. Auch bei Sonne, weil einfach der Vergleich, das sind nicht Äpfel mit Birnen, das sind Äpfel mit Schuhen. So, gucken wir uns mal die Kostenstruktur von Kernkraftwerken am Beispiel von Gösken. Und das sieht man auch für die Abschreibung. Das sind etwa diese 0,8 Cent drin. Brennstoff, wie schon gesagt, etwa 0,5 Cent. Der fertige Brennstoff, Sie hatten vorhin gesprochen, von reinen Urankosten. Und Sie sehen, die liegen bei 4,3 Cent. Und so ähnlich liegt auch Ulki Jutu in Finnland. Übrigens, in Finnland waren die Baukosten 13 Milliarden. Der Kunde hat aber nur drei bezahlt. Wissen Sie, heute hat Siemens, gibt jetzt 4,5 Milliarden Verluste raus für Windanlagen. Die werden aber nicht gerechnet in die Kosten von Windanlagen. Das macht man nur bei der Kernenergie. So, Erntefaktoren. Hier wird mal verglichen, die hineingesteckte Arbeit auf die, die man bekommt. Und das ist eine der guten Folien. Man sieht hier den Erntefaktor mit Speicher und ohne Speicher. Und Sie sehen schon im unteren Bereich, wie gering der Erntefaktor ist. Vielleicht Erntefaktor kurz erklärt für diejenigen, die keine Landwirtschaft betreiben. Wenn Sie eine Kartoffel im Boden tun und kriegen nur eine raus, haben Sie einen Erntefaktor von 1. Lohnt sich überhaupt nicht, wird kein Mensch machen. Und das sehen Sie ja bei Wind und Sonne. Erntefaktoren mit Speicher ist sinnlos. Und wenn Sie 8 rauskriegen, dann lohnt sich das etwa so, was man bekommt bei einer Kartoffel. Und Sie sehen hier, nuklear geht es bis auf 75 hoch, also auch wieder Faktoren besser. Und wenn Sie dann die G4-Reaktoren dran schreiben, dann geht es hoch bis 2000. Materialaufwand, Sie sehen immer das gleiche Bild. Ein Riesenaufwand bei Solar, geringer Aufwand bei Nuklear. Gucken Sie ganz links und ganz rechts. Und das ist immer der Faktor 1 bis 10, was diese Anlagen teurer sind. Und wenn Sie die nächste Folie aufmachen, Materialbedarf, und die Folien sind auch falsch. Die berüchtigen auch keinen Speicher. Ohne Speicher. Ist schon völlig blödsinnig. Und Sie sehen hier auch wieder Materialaufwand bei Photovoltaik und zur Kernkraft her. Das ist immer der Faktor 1 bis 10, wo nukleare Anlagen günstiger sind als Sonne und Wind. So, jetzt komme ich nochmal zu einem Schmankerl. Ersatzkosten für drei Kernkraftwerke, aber wirklich gerechnet CO2-frei. Also wir machen da aus Strom, Wind und Sonne, nur die sind ausbaubar, machen wir jetzt Wasserstoff. Und der Wasserstrom wird dann verstromt zu den Zeiten, wo man den Strom braucht. Also wirklich ohne jede fossile Erde. Und wenn wir das durchrechnen, das sind ja die 3 mal 1400 MW, die wir zum 15.04. abgestellt haben, CO2-frei. Sie brauchen dafür 6000 Windkraftwerken, etwa mit 3 MW. Sie brauchen 1,4 Millionen Dachanlagen mit 10 kW Peak. Sie brauchen fast 600 H2-Erzeugungsanlagen und brauchen 14 Gaskraftwerke A, H2-fähige Gaskraftwerke A 300 MW. Die gibt es noch gar nicht. 100 MW gibt es heute, H2-Gaskraftwerke. Die müssen das konstruiert werden. So, und wenn Sie jetzt mal die Kosten hinterschreiben, nur die Investitionskosten, nicht von Leitungen, von Speichern und von so einem Kram, nur die Investitionskosten für diese vier einzelnen Dinge, dann liegen Sie beim Kernkraftwerk 17 Milliarden, das sind diese 4 Millionen pro Megawatt, die ich da gerechnet habe, und Sie liegen bei dem Zeug hier unten bei 96 Milliarden. Und Sie sehen wieder den Faktor 5. Sie können davon ausgehen, Wind und Sonne ist etwa fünfmal aufwendiger und teurer als Kernenergie. So, ich bin jetzt weitgehend durch. Wenn wir so weitermachen wie bisher, werden Energiekosten, Versorgungssicherheit, Deindustrialisierung und Wohlstandsverlust die zukünftigen Herausforderungen sein. Eine Energiewende ohne einen Mix mit neuen Technologien und wie fortgeschrittenen Reaktoren und Fusionsanlagen wird langfristig nicht gelingen. Und jetzt komme ich zum Schluss, da habe ich immer noch so eine kleine Folie bei. Das ist heute, das ist unsere Zukunft und natürlich G2. Das ist kein totes Pferd. Also, ich bedanke mir ganz herzlich für die Aufwand, Herr Falk. Also, die erste Frage steht schon da, bitte schön. Okay, die Frage steht da. Sie haben gesagt, dass in Deutschland gibt es sowieso keine Kompetenz mehr, so ein Kraftwerk zu bauen. In Frankreich auch nicht, das hat mich gewundert. Gibt es die irgendwo in Europa? Also, in Deutschland haben wir aufgehört, Kraftwerke zu bauen. Das ist nicht nur Siemens, das ist die gesamte Industrie, die dahinter steht. Man, man hat eine kärnträgliche Abteilung gehabt, KSB und A, die haben ja alle noch und noch Leute gehabt. Dies gibt es alle nicht mehr. Das ist ja vor 40 Jahren runtergefahren worden. In Frankreich hat die Vorgängerregierung von Mark Hor gesagt, wir bauen keine Kraftwerke mehr und deswegen hat man das auch reduziert. Die Areva ist ja praktisch pleite gewesen. Die Servicemannschaften der Areva, die sind an die EDF gegangen, damit die ihre Anlagen weiter betreiben können. Und die eigentliche Areva besteht nur noch darin für die Restabwicklung von Olke Jutu, Flammersville und von den Hickley Points. Wir haben in Europa nicht mehr die Fähigkeit, Kraftwerke zu bauen und deswegen ist es ja auch so, dass Frankreich, die brauchen dringend Strom. Die haben seit 2002 keine Anlage mehr gebaut, aber haben Elektrofahrzeuge und Wärmebomben eingebaut oder Elektroheizungen eingebaut. Die brauchen dringend Kraftwerke, die sind im Winter auf Import angewiesen und die brauchen jetzt von heute oder von vorgestern 14 Jahre, 14 Jahre, um eine Anlage zu bauen. Die muss konstruiert werden, gebaut werden und das muss jetzt aufgebaut werden und deswegen ist der Termin in Frankreich erst 2036 für die erste Anlage. Wer baut dann die Anlage? Also wo im letzten Jahr in Frankreich diese Probleme waren an einigen Anlagen, die an hohen Schwierigkeiten haben, da haben sie amerikanische Schweißer eingeflogen. Herr Professor Heindl. Ja, erstmal vielen Dank für den spannenden Vortrag. Die kritischste Folie bei mir ist die, wo es um diese Sicherheitsfaktoren geht. Weil wenn man mit den Leuten diskutiert, dann sagen die ihnen, tatsächlich Fukushima ist ja trotzdem hochgegangen, obwohl das irgendwie 10 hoch, minus 4 oder 5 sicher ist. Und Chernobyl ist trotzdem hochgegangen, obwohl das, was weiß ich, wie sicher ist. Die Frage ist, in diesen Fällen haben wir immer Ereignisse gehabt, die in den Kalkulationen aus irgendeinem Grund nicht vorhanden waren. Und jetzt ist die Frage, kann man das in diesen schönen Zahlen eindeutig beantworten und sagen, auch unter sehr extremen Bedingungen, siehe Erdbeben, siehe Tsunami, siehe was weiß ich noch alles, funktioniert es auch noch oder ist es sozusagen in den Normalstörfall keine Menschen beteiligt und alles klappt gut? Also für mich war das als Ingenieur, der aus dem Kraftwerksbau kommt, war das für mich ein totaler Schock, was in Japan passiert ist. Die haben an der Anlage keine Modernisierung gemacht. Typisch japanisches System. Dieselbe Anlage gibt es in der Schweiz, Mühleberg und die haben Notkühlsysteme nachgerüstet, gebunkerte Notkühlsysteme, fast für eine Milliarde ist es gemacht worden, weil man wusste, dass 5 mal 10 hoch minus 4 halt eben wenig ist. Alle 5000 Jahre ein Unfall kann morgen passieren, aber durch die Maßnahmen, die man inzwischen gemacht hat, ist es ja schon vergleichbar fast mit dem Meteoritenabsturz oder mit dem Erdbeben oder mit sonst was. Also wir hoffen, dass die Mannschaften in Zukunft, die Architekten die richtigen Nachrüstungen dann brauchen. Also gucken Sie mal, wenn Sie mal in die Entwicklung schauen, die ersten PKWs gab es 1900, Beginn 1900, ja. Wir haben also 100 Jahre gebraucht, um daraus richtig gute Fahrzeuge zu machen. Professor Brasser möchte noch, aber Jens, Mikro an das. Darf ich eine kurze Ergänzung? Es gibt ja nicht nur die probabilistische Sicherheitsauslegung, sondern auch die deterministische. Und beide müssen stimmen. Und das muss man ergänzen. Also diese Zahlen zeigen Ihnen im Wesentlichen an, wenn Sie Hausaufgaben zu machen haben im deterministischen Bereich. Und deterministisch heißt, ich habe Systeme, die wirklich bis zu einer bestimmten Frischung durchhalten. Das kommt ja noch dazu. Und also, das müsste man wirklich mal ausbuchstabieren dürfen. Also mit Blick auf die Uhr muss ich jetzt um kurze Fragen, kurze Antworten bitten. Frau Hassler. Vielen Dank für den Vortrag. Wirklich super. Meine Frage schließt dann die erste Frage an. Professor Brasser und Sie haben jetzt beide gesagt, dass wir nicht die Kompetenz besitzen, in ganz Europa Kernkraftwerke zu bauen. Jetzt sagen wir natürlich in Deutschland, wir brauchen aufgrund der Energiewende Wind und Sonne und als Backup-Kraftwerke eben Gaskraftwerke. Und meine Frage wäre jetzt, haben wir dann überhaupt die Kompetenz, diese Gaskraftwerke zu bauen? Oder wie sieht es da aus? Ist es da ein bisschen anders? Oder kommt es dann auch wieder so, dass dann China wieder kommt? Oder ja, wie soll es da funktionieren? Also ich meine, Sie sehen ja in der Entwicklung Photovoltaik und auch Wind, dass wir nicht mehr in der Lage sind, sowas auch kostenmäßig zu bauen. Und ein großer Hersteller ist Siemens für Gasturbinen, aber die verlagern auch ihre Entwicklung und ihre Fertigung in die USA. Also wir verlieren immer weiter. Und das ist jetzt die Aufgabe, wenn wir mal sagen, wir wollen in eine andere Technologie rein, mal hier was aufzubauen. Kerntechnische Schulen gibt es da schon sehr ewig nicht mehr. Das ist ein wirkliches Problem. Ganz kurz, was ist an den Universitäten in Deutschland noch möglich und was wird gemacht in Richtung Kerntechnik-Forschung? Zum Beispiel in Dresden oder anderswo. Also wenn ich mal angucke, Siemens hatte im Energiebereich vielleicht 5000 Leute gehabt und da waren vielleicht vier, fünf Kerntechniker dabei gewesen. Es ist wesentlich Maschinenbau, Bautechnik und Elektrotechnik. Sie brauchen ein paar Nuklearleute ja für Sicherheitstechnik und Auslegung. Das ist aber nicht der große Anteil. Das ist nicht die Schwierigkeit. Sie brauchen Leute, die Kerntechnik beherrschen, die Sicherheitstechnik beherrschen. Das ist auch nicht vergleichbar. Sie können keine Leute nehmen aus dem konventionellen Kraftwerksbau, in Kanada hier reintun, weil es eine völlig andere Anforderung ist. Genau umgekehrt ging es auch nicht. Wir hatten Riesenschwierigkeiten gehabt, die kerntechnischen Leute einzusetzen bei fossilen Kraftwerken. Die haben daraus ja Kernkraftwerke gemacht. Mein Name ist Frank Apel, Herr Schöttler, 27 Jahre war ich auch in Siemens, konventionell und nuklear. Ich möchte an der Stelle ganz klar sagen, wir haben die Kompetenz in Europa, Kernkraftwerke zu bauen. Auch in Frankreich und definitiv gibt es auch in Deutschland noch eine Industrie, die da beteiligt sein wird. Also das können wir gerne mal bilateral besprechen, aber wir sollten an der Stelle zuversichtlich reinschauen. Wir bekommen das in Europa gemeinsam hin und nach Deutschland wird da eine Rolle spielen können. Dankeschön. Ich freue mich, dass Sie das so sehen, ganz klar, gar kein Thema. Aber Sie sehen schon, wie schwer sich Frankreich tut, den EPR 2 zu bauen. Ich sage mal, Bauzeiten in China von 48 Monaten und wir machen da 14 Jahre raus in Europa. Ganz kurze Frage, Sie hatten eigentlich alle Atomprogramme auf Ihren Folien, aber das indische nicht, da gab es, hatte ich jetzt auch, man hörte wenig davon, aber dass die auch eben für anderthalb Euro pro Watt bauen können, angeblich. Immer wer? Indien, mit Ihrem, also Schwerwasserreaktor. Ja, also kann ich nichts zu sagen. Gut, da hinten sehe ich noch eine Frage, bitteschön. Christoph Barte, Nuklearia. Diesem Pessimismus, das wir in Europa nicht in der Lage sind, das zu tun, möchte ich entgegenhalten, das Beispiel der Vereinigten Arabischen Emirate, die ja sich zunächst mal als Role Model für den Einsatz von der Neubaren Energien in Wüstengebieten angeboten haben. Master City ist da gegründet worden, unser Solarpapst Herbert Scheer war da sehr aktiv. Gleichzeitig haben Sie aber mit dem koreanischen Unternehmen Kepco einen Vertrag geschlossen, auf dem Bau eines Kernkraftwerks mit vier Reaktoren. Der Vertrag ist, glaube ich, 2009 geschlossen worden, 2012 vor Baubeginn. Ende diesen Jahres, denke ich mal, wird der vierte, drei Reaktoren sind schon in Betrieb. Ende diesen Jahres wird wohl spätestens auch der vierte Reaktor in Betrieb gehen. Das heißt, innerhalb von einem Zeitraum von zehn, elf Jahren ist es möglich, mit der entsprechenden Motivation auf der Grüne Wiese, was da liegt, was die Wüste, aber sozusagen von Null angefangen, doch eine beträchtliche Kapazität aufzubauen. Warum soll das nicht auch bei uns möglich sein? Die Bedingungen sind doch sicherlich besser, als die, die für die Vereinigten Arabischen Rauten gegolten haben. Ja, also ich habe kein Problem mit dem Thema. Wir können auch importieren. Wir können uns einen chinesischen Reaktor kaufen, einen kaufen von der Kepco oder einen von Westlinghaus. Das ist gar kein Thema. Und die Reaktoren, die in der Vereinigten Arabischen Republik gebaut worden sind, wir hatten ja große Baustellen da gehabt, da sind ausschließlich Ausländer, die die bauen, da finden sie nicht einen Mann, der auseinanderkommt. Das ist ein importierter Reaktor mit komplett den Leuten. Wenn die Chinesen im Ausland bauen, bringen die alle Leute mit, vielleicht nicht, die Reiniger oder sowas. Und das ist natürlich in Deutschland und Europa auch möglich. Völlig klar, wenn wir sagen, wir kaufen einen chinesischen Reaktor. Ich habe gesagt, wir Europäer sind nicht mehr in der Lage, selber zu bauen. Zumindest nicht kurzfristig. Dann sage ich vielen Dank an Herrn Schöttle.